Guten Morgen Deutschland! Ja, Wolfgang, ich habe mal einen Pullover angezogen. Hast ja gesagt oder wirst du uns heute Abend in Bild nach der Aufzeichnung ja allen in Deutschland mitteilen. Also Wolfgang Schäuble, das ist die graue Eminenz der deutschen Politik, hat sich geäußert zur Krise. Und er hat gesagt, also den Menschen, die wirklich bedürftig sind, denen müssen wir natürlich jetzt helfen. Starke Aussage, Wolfgang, finde ich gut. Aber was war das mit der anderen Aussage? Die, die es nicht so nötig haben, die können sich ja einen Pulli anziehen. Lieber Wolfgang Schäuble, nochmal, wer hat es zu verantworten, dass man den Bedürftigen noch mehr helfen muss und dass die Menschen, die es nicht so nötig haben, sich doch bitte einen dicken Pulli anziehen sollen? Genau, wer hat es zu verantworten? Das waren deine Kollegen da draußen, die momentan die Politik in Deutschland machen und die eine irre Sanktionspolitik gegen ein Land vom Zaun gebrochen haben, welche historisch einzigartig ist und dementsprechend die ganzen Auswüchse, die vorher schon da waren, wie zum Beispiel Inflation, die massive Geldentwertung durch eine Geldschwemme der EZB etc. pp. Ja, das hat man alles selbst zu verantworten, liebe Leute. Und natürlich auch diese wunderbare Energiewende, dieses Träumchen von Energiewende, wo wir dann heute Morgen wieder erleben werden, dass die FDP natürlich sich jetzt ganz hart hinstellen muss und darauf beharren muss, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen, logischerweise, weil wenn sie da jetzt auch noch von abspringen, ja, dann sind es die ganze Geschichte. Ja, dann kommen sie nie wieder über zwei Prozent, ja. Also, die FDP muss jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben wahrscheinlich mal wirklich durchgehend Eier zeigen. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, ob sie es finden, keine Ahnung. Könnt ihr bei Olli Kahn nachfragen. Aber zurück zu Wolfgang Schäuble. Herr Schäuble, also nochmal, Sie wissen ganz genau, was Sie gesagt haben vor zweieinhalb Jahren in einem Zeitungsinterview. In der Krise kann man Dinge durchziehen, die man normalerweise nicht durchziehen kann, weil dann die Masse mitzieht. Genau. Sagen Sie es doch richtig. Bleiben Sie doch bei der Wahrheit, dass Sie sich gerade freuen, dass diese große Transformation so vonstatten geht. Und ihr, liebe Leute da draußen, insbesondere gerade in Niedersachsen, kauft euch schon mal alle schöne Pullis für den Winter. Schönen Tag auch.